Bei allen, die jetzt in Freiburg gespielt haben, ist es so, dass ich bei Marco Friedl Entwarnung geben kann. Der wird spielen können morgen. Bei Kevin Vogt müssen wir weiter abwarten. Es ist eine Tendenz dazu, dass er es schafft, aber es ist noch nicht sicher. Alle anderen sind gut durchgekommen. Ludwig Augustinsson wird wieder zum Kader gehören und somit wäre es natürlich sehr schade, wenn Kevin ausfällt, aber wir haben die Hoffnung darauf gar keinen Fall aufgegeben. Nuri wird heute mit der Mannschaft trainieren. Er war nicht im Kader gegen Freiburg, genauso wie Jojo. Das war eine Entscheidung aus sportlichen Gründen und taktischen Erwägungen, die ich hatte für das Spiel. Was aber nicht ausschließt, dass sie gegen Gladbach oder im weiteren Verlauf der Saison wieder in den Kader zurückkehren können oder auch spielen können. Die ist schon beendet. Der betroffene Spieler ist aber auch verletzt. Das wird auch noch einige Wochen dauern. Und da ist alles letztendlich abgestimmt mit dem Gesundheitsamt. Quarantäne an sich ist morgen beendet, wird dann wieder in den Kreis aufkommen. Und ja, aber dann eben auch noch nicht zur Mannschaft stoßen. Das hat aber eben auch Verletzungsgründe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.